Olaf Schmähler ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Er ist der Zwillingsbruder des Bundesligaspielers Nils Schmähler. Spielerkarriere Schmähler begann seine Karriere in der E-Jugend von SC Viktoria Braunschweig. Mitte der 1980er Jahre entschloss er sich Profispieler zu werden und wechselte 1984 in die Jugend von Eintracht Braunschweig. Zu der Zeit wurde Schmähler auch in die diversen Jugendnationalmannschaften des DFB eingeladen. 1988 unterschrieb Schmähler seinen ersten Profi-Vertrag beim VfB Stuttgart. Bis 1992 kam er beim Bundesligisten aufgrund diverser Verletzungen allerdings nur sporadisch zum Einsatz und wechselte dann zum SV Waldhof Mannheim in die zweite Liga. Dort konnte er sich jedoch auch nicht dauerhaft durchsetzen. 1995 wechselte er zum VfR Heilbronn. Dort beendete er 1996 seine aktive Karriere. Größter Erfolg war das Erreichen der Endspiele um den UEFA-Pokal 1989 gegen SSC Niapel mit U.A. Diego Maradona. Im Rückspiel des Finales war ihm dabei sogar ein Treffer gelungen, das Tor zum 3 zu 3 entstand. Jugendtrainer. Nach Beendigung seiner Spielerkarriere arbeitete Schmähler als Jugendtrainer. Zunächst war er beim FV Dudenhofen und dann beim VfH Speyer tätig. Von 2004 bis 2007 arbeitete er als Jugendtrainer beim 1. FC Kaiserslautern. Heute ist er als Spielerberater bei BMS Sport Consulting tätig.